Hallo, liebe Freunde, liebe Interessenten an der Helaba und an den Kapitalmärkten, insbesondere Covered Bonds, denn das ist unser heutiges Thema. Hallo, mein Name ist Thomas Kors, ich bin zuständig für Financial Institutions und SSA bei der Helaba und ich habe heute zwei Gäste bei mir, den Dirk Mohr, der zuständig ist für den Sekundärhandel in Covered Bonds und die Sabrina Mies, die zuständig ist für das Covered Bond Research. Bevor wir mit den beiden ins Gespräch gehen, wollte ich aber noch einen kleinen Überblick geben über meine Erfahrungen in den letzten 10, 20 Jahren in Covered Bonds. Wir haben Covered Bonds als eine Asset-Klasse erlebt, die einen fantastischen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Es gibt mittlerweile Covered Bonds aus einer Unzahl von Ländern, die meisten haben eine Gesetzgebung, viele nach Muster der deutschen Gesetzgebung aufgesetzt und als krönenden Abschluss, vorläufigen krönenden Abschluss, gab es vor kurzem ein Siegel der EU in Form einer echten Direktive, die das Bestreben nach Harmonisierung der diversen nationalen Vorschriften von Covered Bonds in Schriftform gegossen hat und im Moment in den meisten europäischen EU-Ländern umgesetzt wird in nationale Gesetze. Ja, Covered Bonds haben sich in den meisten Krisen, ich würde sagen in allen Krisen, die ich zumindest erlebt habe, als extrem resistent erwiesen. Das heißt, die Spread-Ausschläge waren überschaubar im Vergleich zu anderen Asset-Klassen und die Investoren haben tendenziell kein Geld damit verloren. Emittenten hatten tendenziell grundsätzlich Zugang zu den Märkten und konnten sich auf diese Art und Weise mit diesem Instrument refinanzieren. Ja, nun haben wir wieder eine Krise, die sogenannte Corona-Pandemie, die uns alle in Atem hält, beziehungsweise uns in Atem nimmt, wir müssen ja Masken tragen. Und das hat zur Folge gehabt, dass auch Covered Bonds sich etwas anders entwickelt haben, als wir es vielleicht geahnt haben. Nicht schlechter unbedingt, wir haben weitere Emissionen gesehen, wir haben keine riesigen Spread-Ausschläge gesehen, obwohl da die Meinungen über relative Performance natürlich auseinander gehen, aber im Großen und Ganzen haben sie sich wieder mal als sehr krisenresistent erwiesen. Das Ganze mit etwas mehr Fleisch zu unterlegen, überlasse ich allerdings Sabrina Mies. Sabrina, kommst du zu mir? Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Wir haben eine Präsentation hier, die du maßgeblich geschrieben hast. Vielen Dank dafür. Deshalb bist du ja eigentlich die perfekte Person, die uns auch zu erklären. Auf deiner ersten Slide gehst du auf ein Thema ein, das ich bisher noch nicht erwähnt habe. Ich sagte ja, krisenresistent, Zugang zu Märkten. Aber hier sehen wir eine Entwicklung, die zeigt ja eigentlich erst mal auf weniger Emissionen. Magst du uns das erklären? Ja, 2020 war ein herausforderndes Jahr für uns, für den Covered Bond-Markt. Und das war natürlich die unerwartete Pandemie, gepaart mit beispiellosen geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir ein stark gesunkenes Emissionsvolumen am Kapitalmarkt gesehen haben. Hier stand 12.11.90 Milliarden. Wir sind mittlerweile bei rund 96 Milliarden Euro angelangt. Aber man sieht natürlich deutlich den Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Das wird auch weitergehen im nächsten Jahr, wenn ich das richtig lese, oder? Also da kommt ja nicht viel mehr dazu. Richtig. Mit den Maßnahmen der EZB, mit den günstigen alternativen Refinanzierungsmöglichkeiten, änderten die Emittenten ihre Refinanzierungspläne. Stichwort Retained Bonds. Da hast du auch eine Slide gebaut. Richtig. Und man kann hier sehr gut sehen, dass diese zwar imitierten, aber einbehaltenen Papiere dann als Sicherheit bei der EZB eingeliefert wurden, um eben die Möglichkeit zu nutzen, sehr günstig Geld aufzunehmen. 2019 gegenüber 2020. Und man sieht hier den deutlichen Anstieg. Vor allen Dingen sieht man auch unterschiedliche Verteilungen in den Ländern. Das heißt, in der sogenannten Benelux-Region, hier in diesem etwas bläulicheren Bereich, ein Anstieg von zweieinhalb Mal, auch in der DACH-Region, und wir Deutschen waren auch stark beteiligt, wurden diese Refinanzierungsmöglichkeiten seit März stark in Anspruch genommen. Während Länder wie Italien und Spanien fast ähnlich wie im Vorjahr zugriffen. Das hat also hier zu einem starken Anstieg geführt auf dieser Seite der Sicherheiten, der emittierten Covered Bonds, die eingereicht wurden, aber natürlich gleichzeitig auf den eben gezeigten Rückgang am Kapitalmarkt und dadurch eben sehr gehemmte Volumen. Das geht 2021 aber nicht ganz so weiter, wenn ich das richtig lese, oder? Die günstigen Konditionen, die die EZB dieses Jahr zugestanden hat, laufen im Sommer zunächst erstmal aus. Wir sehen hier nochmal diesen starken Anstieg und die starke Inanspruchnahme der Banken im Rahmen dieser langfristigen Refinanzierungstender, also ein enormer Anstieg. Und das sind jetzt nicht nur die gezogenen Mittel, die mit Covered Bonds unterlegt worden sind, sondern die insgesamt gezogenen Mittel. Deutlich mehr als in der quasi großen Finanzkrise 2007 bis 2010. Ja, die eben kurzfristig laufen und die erste Rückzahlungsmöglichkeit, wie wir dann auf der nächsten Folie auch sehen werden, ist im September 2021 und Stand heute gehen wir erstmal davon aus, dass auch ein Teil im neuen Jahr zurückgeführt wird. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was wir an neuen Maßnahmen der Währungshüter im Dezember sehen werden. Aber das ist nun mal erstmal unsere Basisannahme, dass wir hier einen Teil, sicherlich nicht den ganzen maximal möglichen Teil, aber einen Teil wieder sehen, dass der zurück in den Markt gebracht wird. Ein kleiner Teil. Du hast ja Corona jetzt ein paar Mal erwähnt, ich habe es auch vorhin getan, es ist in unser alle Bewusstsein sehr stark eingedrungen. Aber hat Corona denn auch Einfluss auf das, was Covered Bonds in der Hauptsache zugrunde liegt, nämlich die Coverpools, die Qualität und die Preisfestigkeit der zugrunde liegenden Assets? Natürlich, mit Covered Bonds und mit Corona haben wir natürlich eine Krise, die nicht nur den Kapitalmarkt erreicht hat, sondern eben auch die Bevölkerung, Unsicherheit, vielleicht auch Einkommensverluste und man möchte meinen, dass das vielleicht auch auf die Wohnimmobilien durchschlägt. Hier sehen wir aber, dass die Wohnimmobilienpreise weiter steigen. Wir sind überall in Europa im Plus, hier nur ein Auszug für verschiedene Länder. Der Wohnimmobilienmarkt insgesamt zeigt sich robust. Das ist auch nicht ganz überraschend, wenn man überlegt, wie wertvoll dieses Asset-Klasse ist in einem nach wie vor niedrigen Zinsumfeld. Es gilt weiterhin als sicherer Hafen und gerade durch eine Pandemie, die viele Menschen zu Hause arbeiten lässt, wertet diese Asset-Klasse noch einmal auf. Ja, gerade in Frankfurt kann man das sehr deutlich sehen. Viele Kollegen von uns, die auf der Suche nach Wohneigentum sind, können da ein Liedchen von singen. Diese Kurve ist ja fast noch untertrieben. Man würde denken, sie müsste hier so irgendwo sein, wenn man versucht, eine gebrauchte oder gar neue Wohnung im Rhein-Main-Gebiet zu kriegen. Und das stimmt ja für die meisten großen Städte in Deutschland. Naja, aber das ist jetzt nur Wohnimmobilien. Wir haben ja auch noch Gewerbeimmobilien, die in vielen Coverpools, gerade bei Pfandbriefen, also in Deutschland, viel vertreten sind. Wie sieht es denn da aus? Ja, also auch nicht überraschend, dass Hotels hier leiden. Hotelimmobilien genauso wie natürlich der Einzelhandel, den Lebensmitteleinzelhandel mal ausgenommen. Da sieht man schon seit Jahren im Einzelhandel eine leichte Abflachung. Das liegt auch durch den Einfluss des Online-Handels. Das wird natürlich jetzt noch einmal verstärkt durch die Krise. Im Bürobereich haben wir noch nicht so viele Zahlen. Man sieht eine leichte Abflachung. Ich denke, dass auch da sich dieser Aufschwung nun verlangsamt. Naja, wenn man das alles so hört, dann muss man ja trotzdem verhalten bis sehr positiv bleiben. Wenn ich mir das hier mal bildlich anschaue, das Schöne ist, die grüne Seite, die positive ist deutlich größer als die rote, die negative. Also, wenn ich mir das anschaue, du hast die Einkommensverluste, die manche Leute haben werden. Viele Leute wahrscheinlich sogar haben werden erwähnt. Du hast die Unsicherheit und die Abnahme des Konsumentenvertrauens erwähnt im Zusammenhang mit den Coverpools. Aber auch das hier sind wichtige Punkte. Wir sehen ganz klar, Wohneigentum hat sich als wenig zyklisch erwiesen. In Deutschland ganz besonders so. Die Preisentwicklungen sind zumindest stabil, wenn nicht sogar weiter nach oben. Und wie du selber hingewiesen hast oder worauf du selber hingewiesen hast, wir werden weiter mit niedrigen Zinsen leben müssen oder leben dürfen. Das heißt, das stützt eigentlich auch. Und natürlich die Tatsache, auch wieder von dir gut erwähnt, Homeoffice wird zunehmen. Die Leute werden mehr Zeit in ihren Wohnungen verbringen. Deshalb tendiert man wahrscheinlich auch dazu, größeren Wohnraum haben zu wollen oder ihn besser auszustatten. All das zeichnet ein sehr positives Bild. Aber wieder nur die eine Seite der Medaille. Danke erstmal, Sabrina. Ich hätte jetzt gern den Dirk nochmal bei mir. Denn die zweite Seite der Medaille, die ist für uns mindestens genauso wichtig. Hallo Thomas. Hallo Dirk. Ja, da du Händler bist, liegt es natürlich nahe, dich nach Handel zu fragen. Schauen wir uns doch mal die Entwicklung der Sekundärmärkte an. Vielleicht magst du uns dieses Leid mal etwas näher bringen. Sehr gerne, Thomas. Vielen Dank für die Frage. Wenn wir uns das Jahr nochmal Revue passieren lassen, dann haben wir wirklich im Januar angefangen mit sehr stabilen Spreads, obwohl schon Nachrichtenlage zu Covid-19 es gab, haben wir bis März eigentlich kaum veränderte Covered-Bond-Spreads gesehen. Und erst so Anfang, Mitte März sind die Spreads wirklich ganz extrem und sehr, sehr schnell nach oben rausgegangen. Wenn wir uns zum Beispiel die Deutschen mal ansehen, von Flat bis auf Plus 15, die Franzosen ungefähr 30 Basispunkte weiter bis zur Peripherie Italien, Spanien, die bis zu 40 Basispunkte rausgelaufen sind und somit auch in den Chorländern auf jeden Fall über dem letzten Spread-Ausweitung in 2018 gelegen haben und das in einer sehr, sehr extrem schnellen Bewegung nach oben. Da hätte man mal kaufen sollen, oder? Hinterher ist man schlauer. Ja, ich erinnere mich, da wollten die meisten Leute verkaufen. Aber wir haben danach ja gesehen, dass sich diese Tendenzen sehr schnell umdrehen können. Wir hatten dann eine ganze Zeit lang eigentlich nur Kaufinteresse. Und wenn man sich das hier anschaut, dann ist ja fast alles wieder sehr nah beieinander. Naja, aber wo ich gerade von Kaufinteresse rede, hat sich denn aus deiner Erfahrung was in der Zusammensetzung der Käuferschichten geändert? Wer ist denn momentan der wichtigste Käufer? Wahrscheinlich der hier. Du hast vollkommen recht. Wenn man das im Chart sieht und sich auch nochmal zurückerinnert im März, April, da hatten wir wirklich Liquiditätsprobleme und es wollte wirklich jeder eher verkaufen als kaufen. Und die Zentralbanken und Regierungen haben richtig gehandelt in meinen Augen, sind sehr schnell rein, haben die Programme ausgestattet und Liquidität und das Vertrauen ist dann an die Märkte zurückgekommen. Und dadurch haben wir ja fast auch eine v-förmige Erholung gehabt und mittlerweile sind wir von den Spreads her wieder auf Vorkrisenniveau bis auf wenige Basispunkte vielleicht. Und wie man hier auf der nächsten Folie auch sieht, die Zentralbanken haben natürlich eine riesengentscheidende Rolle gehabt. Das CBB3-Programm, das vorher schon existiert hatte, ist um das PEP-Programm erweitert worden. Auch wenn es für den Covered Bond nur einen geringen Anteil hat, so ist aber trotzdem die Gesamtsumme sehr, sehr unterstützend und die Zentralbanken fragen hier jeden Monat nach. Und mittlerweile sind wir auf einem Spread-Niveau angelangt und vor allem auch auf einem allgemeinen Rendit-Niveau, wo es viele Investoren irgendwie nur noch an der Seitenlinie stehen. Und mittlerweile ist der Covered Bond-Kurve bis 15 Jahre im negativen Bereich und es sind viele Investoren, viele Sparkassen bei uns, die hier im Moment nicht investieren. Naja, wenn das die Hand von Frau Lagarde sein soll, dann ist das ja ein tolles Omen, denn wenn ich mir diese Balken anschaue, dann sind wir hier bei über 300 Milliarden auf ungefähr einem Drittel des Euro-Covered-Bond-Marktes. Unsere eigene Prognose zeigt in diese Richtung noch ein weiteres Wachstum, wenn wir das vergleichen mit dem, was Sabrina vorhin erzählt hat, dass nämlich das Volumen an Neuemissionen netto technisch zurückgehen wird. Naja, das spricht ja eigentlich gute Worte für die Spreads. Danke erstmal dafür, Dirk. Sehr gerne. Ich hätte noch ein kleines anderes Thema, zu dem ich Sabrina nochmal befragen möchte. Sabrina, wir haben in Covered Bonds eine tolle Entwicklung gehabt. Wir haben jetzt eine etwas vorsichtigere Entwicklung. Aber lass mal die Corona-Effekte ein bisschen beiseite, zumindest jetzt auf der Hauptbühne. Es gibt einen Teilmarkt in Covered Bonds, der uns als Helaba auch besonders am Herzen liegt und den Emittenten neuerdings auch, neuerdings seit ein paar Jahren sehr stark am Herzen liegt. Bei den Investoren zeigt sich das noch. Aber lass uns mal über dieses Slide hier reden. Tja, vielleicht muss ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Die Corona-Effekte kann man gar nicht so ganz außen vor lassen, denn wir haben dieses Jahr auch einige neue nachhaltige Emissionen gesehen im Social-Bereich. Und der hatte sehr wohl was mit Corona zu tun. Und ich denke, dass wir das auch in den nächsten Jahren noch sehen werden. Social-Covered Bonds sind also auch eine Auswirkung von Corona. Ja, was sehen wir hier? Die Außenstände für die Covered Bonds stetig am Steigen. Wir haben jetzt 24 Milliarden Euro Covered Bonds. Social and Green and Sustainable mittlerweile. Querbeet durch die Welt. Also auch Koreaner beteiligen sich hier an dem Feld. Und ganz ehrlich, diese haben auch dieses Jahr die Emissionen getragen. Denn es sind immerhin fast 10 Millionen. Es sind 11 Euro Benchmark-Emissionen gewesen. Davon viele Wiederholungstäter. Aber auch ein neuer wie die BPCE in Frankreich. Ein sehr aktiver Emittent sowieso. Und jetzt eben auch im Green-Bereich tätig. Insofern meine Prognose für nächstes Jahr ist mindestens das gleiche Volumen wie dieses Jahr. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Wir hören, dass wir noch Programme in der Pipeline haben. Und insofern ein doch erfrischendes, optimistisches Bild für dieses Segment. Ja, da wird sich das Klima ja freund. Und die Investoren hoffentlich auch. Wenn ich das hier natürlich sehe. Also wir schreiben ja hier kleines Segment. Aber es sind hier auch noch mal fast 10 Milliarden, die wir erwarten im Unterschied zu 2020. Da eine eigene Prognose von 105 Milliarden an Neuemissionen. Das heißt, mindestens mal 10 Prozent der Neuemissionen erwarten wir in diesem Format. Als Helebau hoffe ich natürlich ganz besonders, dass wir da auch beteiligt sein werden. Vielleicht sogar als Emittent. Man weiß es nicht. Aber definitiv als Arrangeur und als Vertreiber. Ja, aber jetzt der nächste Punkt. Wieder nur die erste Seite der Medaille. Sabrina, vielen Dank erstmal. Bitte sehr. Dirk, kommst du noch mal zu mir bitte? Sehr gerne. Du weißt schon, was ich fragen werde, oder? Wahrscheinlich. Nachdem wir eine gewisse Begeisterung auf der Emittentenseite sehen und der Primärmarkt sich für Covered Bonds im Sustainable Format erwärmt, wie sieht das im Sekundärmarkt aus? Haben wir dort auch eine Erwärmung des Interesses? Will damit sagen, gegen Klimaerwärmung fällt mir gerade ein gutes Kontrapunkt. Sehen wir eine bessere Performance in den Green Bonds als im normalen? Wir sehen auf jeden Fall definitiv ein sehr starkes Interesse von unseren Investoren und von unseren Kunden. Haben dafür auch eine extra Bloomberg-Seite gebaut, um auf die Suchmöglichkeiten zu erleichtern. Und was allerdings noch im Sekundärmarkt etwas schwer ist, ist, dass einfach die Anzahl der Emissionen noch eher gering ist. Dass die Emissionen sehr, sehr gut in der Erstplatzierung schon an Endkunden platziert sind, somit eher illiquider sind. Was das Pricing jetzt anbetrifft, sehen wir einen halben Basispunkt bis einen Basispunkt, was Green Bonds, Green Covered Bonds vor allem, enger handeln als die Kurve. Also einen kleinen Aufschlag, den die Investoren bereit sind zu zahlen, aber auch nicht in einem riesigen Format. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Im Großen und Ganzen geben uns die SSA-Emittenten da ja schon die Richtung vor. Bei den riesigen Emissionen, die KfW und IPE zum Beispiel in diesem Format gemacht haben, ist meines Wissens im Sekundärmarkt schon eine deutlich bessere Performance sichtbar. Also die alte Ägide, man hat zwar mehr Investoren, weil Grüne, die sonst normale Covered Bonds nicht kaufen würden, dieses Segment speziell haben wollen. Das war bisher ein Haupttreiber, aber das hat noch keine Effekte auf die Sekundärkurung gehabt. Das sollte sich ändern. Aber gut, das ist doch schon mal ein schöner Lichtblick am Ende unserer Präsentation. Da sind wir nämlich jetzt. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben hier sehr viele interessante Aspekte gehört, die aus meiner Sicht alle den wichtigen Markt-Covered Bonds positiv untermalen. Ein wesentlicher Punkt, das ist andauernd gefallen, ist natürlich der Einfluss der Zentralbanken, der höchstwahrscheinlich nicht geringer werden wird, eventuell sogar im Gegenteil. Das macht die Asset-Klasse nach wie vor wichtig. Die Regulierung, die erfolgt über die EU-Direktive und diverse nationale Maßnahmen zur Verbesserung der Emissionstätigkeit unterstreicht, dass es eine wichtige Asset-Klasse ist und bleibt. Wir als Helebar sind da besonders verbunden, weil wir selber auch einer der größten Covered-Bond-Emittenten sind. Wir haben aber trotzdem leider ein negatives Netto-Angebot in der Zukunft zu erwarten, zumindest mal auf Sicht des nächsten Jahres, weil immer noch mehr Anleihen zurückgezahlt werden, als neu emittiert werden. Die Gründe dafür haben wir sehr detailliert von Sabrina gehört. Aber das Positive hieraus ist natürlich, dass die Aufnahmefähigkeit des Marktes tendenzial hoch bleibt. Die Performance im Sekundärmarkt haben wir von Dirk gehört, es auch positiv zu erwarten. Insofern eigentlich alles fein für Covered-Bonds. Ja, damit könnte ich jetzt sagen, tschüss, das war's, eine schöne Geschichte, lass uns weitermachen. Aber so einfach mache ich es euch nicht. Ich würde, bevor ich auf Wiedersehen sage, nochmal eine Frage an euch stellen wollen und bitte Sabina dann gleich nochmal dazu. In der Zwischenzeit verabschiede ich mich. Mein Name ist Thomas Kors, ich bin zuständig in der Helebar für Financial Institutions und SSA, das beinhaltet Covered-Bonds. Mit so fähigen Leuten wie Sabrina und Dirk macht das auch richtig Spaß, sonst würde es auch gar nicht funktionieren. Und deshalb dürft ihr beide mir noch eine Frage beantworten. Ich hätte gerne, dass jeder von euch einen Satz sagt für unser Publikum hier, was für euch aus Sicht von Covered-Bonds für 2021 besonders wichtig sein wird. Dankeschön. Tschüss. Für mich ist besonders wichtig, was das Bild zeigt, nämlich dass Qualität trägt. Covered-Bonds sind eine hochqualitative Asset-Klasse. Sie sind sehr gut abgesichert gegenüber Verschlechterungen auch im Bankensektor-Bereich. Und das ist das, was auch für 2021 zählt. Vielen Dank, Sabrina. Ich kann mich dem nur anschließen und möchte ergänzen, dass die Idee des Covered-Bonds sich denke ich, im nächsten Jahr weiter globalisieren wird, dass wir mehr Emittenten sehen werden, nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland. Und ja, dass die Covered-Bonds-Familie weiter wächst, weiter wächst. Liebe Sabrina, lieber Dirk, vielen Dank. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.